Und das war das, wo ich dachte, dass die eigentlich traurig wären. So. Auf die Freiheit! Gut, Moment. Ich wollte gucken, wie viele haben wir. 240, wenn wir den einen noch gerettet haben. Dann kann ich nämlich gucken... Ach nee, das ist jetzt wieder so blöd. Äh, doch. Ich zieh dann einfach den einen... hier diesen Zulag ab. Ich weiß nicht, wie viel es hier gab. 9, 6, 7, weiß ich nicht. Und dann weiß ich, ob ich richtig war oder nicht. Penner. So. 240 minus diesen Zulag, dann weiß ich, ob ich richtig bin. Achso, hier geht's noch weiter. Der ist aber blöd. Der ist aber blöd. Ähm. Darf ich mir das erstmal angucken? Okay, ich mach mir das mal. Okay. Okay. So. Also, die müssen... Die muss ich irgendwie... Die Musik. Ich bring euch mal hier rüber. Äh, warte. Ich denke mal, das ist jetzt im Anmachen vom Strom. Kurz oder lang? Okay. Dann versuche ich, die von da oben hier runter zu kriegen. Und dann den Strom anzumachen, dann sollte es eigentlich ganz gut funktionieren. Und wenn ihr da sowieso festhinkt... Ich glaube, ich hab's verkackt. Ich mach mal kein Quicksal, ich hol den mal da raus. Okay. Ich bin doof. Moment. Ich kann doch von hier aus. Okay. Dann sperre ich den doch nochmal hier ein. Okay. Das ist doch alles doof hier, ey! Ich hole die mal hier hinten in die hinterste Ecke. Weil die machen hier bestimmt auch Fratze. Was habe ich denn jetzt überhaupt vor? Ach genau, ich wollte die nach unten holen. Wow, wow, ich bin so klug. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe noch nie so eine kluge Person gesehen. Ich habe noch vorher extra gesagt, dann kann ich den ja von links ziehen. Das ist dann ja voll cool. Ja, am Arsch. Ich ziehe einfach vor rechts, ne? Mann, 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 Mann. So, ihr Pisser. Ihr kriegt jetzt erstmal einen aus dem Maul. So. Okay. Okay. Du bist blöd, ne? Oh nein. Okay. Achso. Seid ihr jetzt alle cool? Ja. Ja, ja. Okay. Ich habe schon gedacht, jetzt wird die Wartenschlägerei losgehen. Warte. Okay, okay, okay. Ich dachte, es wären zwei, aber es ist denn nur eine. Oder habe ich da eben irgendwas verpeilt? Nein. Nein, 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 nein. Es sind ja doch zwei. Okay. Oh Mann, ey. Was ist das denn? Okay, okay. 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 Vielleicht ein bisschen schneller. Was ist denn, wenn ich hier reinschleiche, seid ihr ja immer noch so aggressiv. Ich mach das von hier unten. Jetzt kommen wir hier hin. Dann schlag ich den noch, ey. Wo sind die hin? Haben die sich jetzt rausgeglitscht? Ne, da sind sie noch. Ich bin hier jetzt aber blöd. Ach Leute. Ich mach jetzt hier mal einen Quick Save. Wird nämlich hier zu blöd. Warum kommen die denn jetzt nicht mit... Hallo. Mann, ne. Die kommen jetzt nicht mit hier rüber. Das ist nicht dann... Warum bin ich denn so blöd und rette den Typen nicht? Ich hab nicht gesagt mitkommen, ne? Doch, hab ich wohl gesagt. Ich hab immer ein bisschen länger gebraucht. Ach, jetzt auf einmal! Gucken, ob das funktioniert. Das war für mich auch gerade ein bisschen... Das sah ein bisschen komisch aus. Das sah so aus, als ob der... gestorben wäre, als der in das Portal reingesprungen ist. Weil da war unten so ein... Das sah komisch aus. Kann ich euch vielleicht hier rüberlocken nochmal? Nee, ihr bleibt da stehen. Alle mitkommen. Okay. Warte. Ja. Okay. Okay. Die sind so verpackt, die Viecher da oben, ne? Das kann nicht sein. Leute. Das will nicht, das will nicht, so wie ich das will. Das sah jetzt besser aus. Haha. Pissei. Hab ich denn alle? Tja, da guckt er blöd, ne? Noch weiter. Alter, wie viel Leben gibt's denn hier? Also die Frage, wofür dieser Raum hier ist. Aber gut. Dankeschön. So, ich mach jetzt hier aber mal Schluss. Ich hoffe, euch hat die heutige Aufnahme gefallen. Und hoffentlich sehen wir uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.